können wir es dieses mal schaffen ohne zu sterben diese no death challenge hinzubekommen und damit herzlich willkommen zur zweiten folge der no death challenge oder wie ich sie gerne nenne ocs challenge das letzte mal haben wir es nicht wirklich hinbekommen teilweise auch richtig unnötig aber es ist auch echt sehr sehr schwer wie man vielleicht im ersten teil gesehen hat es ist halt crash bandicoot ein super schweres spiel was aber unfassbar spaß macht und diese kleinen challenge macht es natürlich auch noch interessant in der letzten folge haben wir noch nicht mal die erste welt hinbekommen das wäre natürlich schön wenn wir es dieses mal etwas weiter schaffen oder vielleicht ohne zu sterben diese folge abschließen können das wäre super geil aber ich glaube ich bin da nicht so ganz optimistisch wollen wenn wir irgendwie komplett unnötig irgendwie abkratzen oder sowas diese ganzen leben und sowas brauchen wir eh nicht dürfen ja eh nicht sterben solange wir nicht irgendwie unnötig sterben ist es eigentlich auch machbar da sah es aber auch schon aus als ob ich gleich irgendwie wieder schaden kassier und einfach wieder sterbe zum glück nicht zum glück nicht ach ja dieses level war auch schon schwierig aber es geht noch es geht noch tatsächlich ich weiß nicht eigentlich muss man diese ganzen sachen nicht einsammeln aber es gibt einfach ein ganz anderes gefühl wenn man es nicht eingesammelt hat auch diese diesen checkpoint hier einfach automatisch macht man das schon wieder bei dieser stelle ernsthaft ja gut da sieht man es geht echt schnell ich frage mich echt ob wir das überhaupt irgendwann mal schaffen vor allem ich müsste mich eigentlich mal wirklich informieren oder nochmal diese level spielen die später dran kommen einfach um zu wissen was eigentlich noch auf uns zukommt denn das könnte ein super großer vorteil sein einfach dass ich weiß welche stellen einfach ultra schwer sind die ersten zwei level sind halt einfach die habe ich jetzt gefühlt schon 100 mal gespielt und die sind echt einfach also im gegensatz zu dem was noch kommt würde ich nämlich das jetzt einsammeln bei der letzten folge schon dann würde ich die akku akku muss gar nicht mehr bekommen das brauchen wir eigentlich nicht einsammeln okay jetzt möchte ich aber gerne durch diese selber kommen sonst bleiben wir wieder ewigkeiten an den ersten zwei level hängen und das ist auch nicht geil so jetzt kommt maske nehmen anlauf nehmen okay okay man kann tatsächlich einfach komplett durchlaufen durch diese stacheln in der letzten folge habe ich mich ja gefragt was da passiert aber scheinbar nichts okay jetzt habe ich erstmal wieder runterkommen und nicht zu überheblich werden weil sonst das geht ganz schnell und geil ja der allererste tod war ja in diesem level hier ist ja eigentlich doch noch recht einfach das level von dem her ich glaube das bekommen wir jetzt noch gut hin ich glaube das ist einfach nur eine frage der übung es gibt ja auch speedruns in diesem spiel oder gab es im crash 1 doch ich glaube schon das ist immer nur einfach übung und da kommt man gut durch was blöd an dem level ist einfach nur es ist richtig fies weil du einfach zum man läuft nach vorne man sieht dann einfach oft erst ganz spät wann man springen muss aber es geht okay das ist natürlich ein level das ganz ganz schnell in die hose gehen kann okay das sage ich gefühlt auch bei jedem level aber hier habe ich das gefühl ist noch schlimmer vor allem diese bewegenden plattformen also diese moment da kommen wir bestimmt eh gleich dazu diese blätter die sind oftmals ganz ganz unangenehm ich glaube das ist nur ein leben lasst mal einfach da okay so ich finde das ist die schwerste stelle auch wenn es vielleicht nicht schwer aussieht aber wenn man es da einmal falsch bringt ekelhaft ekelhaft und wir sind wieder beim boss angekommen da wir eine aqua aqua maske haben ist es kein problem würde ich sagen das heißt nicht dass wir unbedingt unnötig die aqua maske verspielen müssen das heißt nicht dass wir unbedingt unnötig die aqua maske verspielen müssen das ist schwierig weil es halt einfach ein 3d jump run ist und man das manchmal nicht so ganz einschätzen kann finde ich oh mein gott ich werde mir das jetzt noch verkacken obwohl wir zwei ich habe damit gerechnet dass wir jetzt einfach komplett verkacken dabei obwohl wir zwei aqua masken hatten zum glück nicht so ich glaube der weiteste run den wir bis jetzt abgeschlossen haben war bis zu diesem level das heißt wenn wir jetzt diesen run nicht diesen run dieses level hier überstehen haben wir einen neuen rekord aufgestellt schonmal hätten wir glaube ich im vorherigen level nicht die aqua masken so blöd verloren hätten wir jetzt glaube ich hier und sterblichkeit ich bin aber einfach noch froh dass wir noch leben von dem her alles gut so wo war das war das hier wo ich gestorben bin ich glaube ja oder bei dem hier ja ich glaube bei dem hier war das ok geil oh mein gott ok das level schon mal deutlich ekelhafter neuer rekord sehr geil ist crash tot ok das ist ganz ganz mies hier ist ein tod ultra schnell ich vermute mal das war das vorletzte level von dieser welt und wir haben glaube ich drei welten aua aber das meinte ich eben dass ich mich am besten mit dem level auskennen muss um diesen challenge besser schaffen zu können weil sowas kommt einfach so schnell vor und was hat crash da gerade im bildschirm gemacht absolut unnötig aber da hilft auch keine akku akku maske glaube ich das ist einfach ein hit und das war's tut weh aber wenigstens ein neuer rekord und ich glaube darauf können wir aufbauen gut ah schade leider unnötig da hätten wir nochmal unsterblich ich will immer unsichtbar sagen da hätte man nochmal unsterblich werden können aber gut wir kommen ja auch so durch wir kommen ja auch so durch ist ja zum glück noch nicht so schwer hier und da haben wir auch schon wieder das ziel sehr gut so das level dürfte uns ja jetzt eigentlich keine probleme mehr machen es ist so typisch man sollte einfach nichts sagen aber wenn wir oben wieder die unsterblichkeitsmaske bekommen dann kommen wir durch das level auch schneller durch was natürlich umso besser wäre denn es sind echt oft warte anlauf ok es sind echt oft einfach die ersten paar level die man einfach durchspielt einfach um wieder auf den zum punkt zu kommen wo man vorher war ok wenigstens fürs nächste mal wissen wir bis dorthin kann man durchrennen und dann nicht mehr ok aber durch durch das ist schon fast das entspannteste level zu spielen weil da muss man tatsächlich also hier gibt es weniger gefahren als in den anderen level gefühlt auch wenn hier halt ein fehler tot ist auch wenn hier halt ein fehler tot ist aber es fühlt sich teilweise echt an wie so ein speedrun was es ja eigentlich nicht ist ist ja einfach nur die ozs challenge oder no death challenge je nachdem aber dasselbe geht es auch im schlaf gut ganz easy so also da man das ja theoretisch im speedrun eigentlich auch spielt kann man ja theoretisch einfach durchrennen theoretisch aber ich glaube es gab die ability dass man irgendwas drücken kann damit man schneller wird dass man die zeit herausforderung nicht früher machen kann sie bekommen jetzt zum glück nochmal eine akku akku maske was uns auch für den postern gleich nochmal helfen kann so eben genau hier weil einfach ein 3d jumper ist es manchmal echt nicht leicht einzuschätzen aber wir kommen wir hin so du wieder eine akku maske haben wir auf jeden fall letztes mal haben wir zum glück 2 gehabt haben wir auch gebraucht aber diesmal guck mal vielleicht besser ich sollte einfach ruhig sein so komm so so okay noch das eine level dann sind wir wieder bei diesem Schweinereiten wo echt problem werden kann das kann echt ein problem werden muss ich einfach echt in meinen kopf bekommen wie und wo ich dort springen muss das level hier gehört auf jeden fall schonmal zu den schwereren akku akku maske haben wir auf jeden fall akku maske haben wir auf jeden fall oh mein gott das hätte auch ins auge gehen können okay hier sind wir wieder unsterblich oh gott es fühlt sich jedes mal an als ob ich gleich runter falle einfach weil auch manchmal echt kein platz zum stehen ist genau so crash genau so okay nur keinen dummen fehler machen weil das war halt schon oh mein gott es ist so ekelhaft oh mein gott oh mein gott wenn du einfach nicht die Reihenfolge kennst war es das Gefühl schon okay also neuer Rekord haben wir theoretisch damit dann schon und ich glaube fand ich auch schon bald das Ziel schon wäre natürlich schön oh mein gott oh mein gott oh mein gott da bin ich froh dass das durch ist okay ich glaube in der letzten folge habe ich gesagt dass es ein level gab wo so ähnlich aussieht also the great wall heißt das level glaube ich das dritte level und ich habe gedacht das wäre das schwierige und da das hier gefühlt den gleichen aufbaut habe ich glaube ich das Gefühl dass das hier jetzt die schwierige Version davon ist wir sind auf jeden Fall schon mal weiter gekommen und ich meine das ist das letzte level von dieser Welt und ich würde jetzt hier erstmal ganz vorsichtig sein einen neuen Rekord haben wir auf jeden Fall Checkpoint bringt uns null ich glaube ich kann auf diese Dinger drauf auf die Feuer stellen also halt wenn das Feuer nicht da ist aber ich will es ungern ausprobieren ich glaube da ist man auch ist man da sofort tot beim Feuer ich weiß es gar nicht mehr oh Gott dieses Level macht mir ganz große Sorgen Checkpoint hilft uns nicht aber bis hier hin sieht es noch gut aus ja dich habe ich erwartet ok hier warte ich nochmal oh mein Gott ich bekomme hier ganz ganz schnell ganz schwitzige Hände ich kann nicht mal mehr reden jetzt ganz schwitzige Hände oh ich glaube wenn ich das hier zerstöre ja ich habe gedacht es explodiert sofort aber ok oh Gott das ist jetzt ganz ganz schlimm geworden auf einmal also der Anstieg von Schwierigkeit ist ja von den ersten Level zu hier direkt immens ok Ok einfach Oh Geil ja ja Akku-Akku Maske nehmen wir mit So, ich glaube, das hier ist jetzt auch der letzte Teil. Das heißt, wenn wir hier durchkommen, ist, glaube ich, auch das Ziel nicht mehr weit. Oh, das hätte aber auch schon... Oh, ist das ekelhaft. Es ist asozial. Oh Gott. So, hier kann man aber... Hä? Ich dachte, hä? Da konnte man doch immer weitergehen. Eigentlich. Egal. Gehen wir einfach den normalen Weg. So, das hier ist die schwierigste Stelle, glaube ich. Weil oftmals ist es unfair. Also, wie auch immer man da durchkommen will. Das ist... Ah, nee, das kommt noch. Dann sind nämlich drei so Feuerstellen hintereinander. Wo du perfektes Timing brauchst, um da überhaupt durchzukommen. Ist das schon? Ich habe so schwitzige Hände durch dieses Level. Das ist ja unfassbar. So, hier ist es, glaube ich. Ach, okay. Aber man kann... Da sieht man ja auch so eine Stelle ohne diese Spitzen an den Pfählen. Da kann man, glaube ich, zwischenlanden. Ich frage mich... Ja, mach mal. Okay. Wir können jetzt, glaube ich, nicht mehr sterben. Auf dem Weg zum Ziel. Ganzes Leben brauchen wir nicht. Zum Glück können wir nicht sterben hier. Und der neue Rekord ist so gut ausgebreitet. Und wir sind... ...in der zweiten Welt angekommen. Sehr geil. Aber... ...weil wir halt jetzt schon so weit gekommen sind. Mache ich hier, glaube ich... ...ne Pause. Schau mir mal an, wie es weitergeht. Also ich habe das Spiel schon mal beendet. Aber ich schaue mir mal an, wie es weitergeht. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns doch dann wieder beim nächsten Video. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.